So, Forellensee Rosenweier, hier geht es weiter mit dem besten Fisch für die besten Angler. Guckt euch das an hier, Besatz für Nachtangler, richtig geile Fische, kampfstark, Premium-Qualität. Ab morgen, Pfingst, Sonntag, 6 Uhr geöffnet, also hier geht es rund, hier geht es ab. Das bietet keiner, guckt euch das an, richtig geile Fische. Das ist Königsklasse, das ist Champions League. Und dann sehen wir uns, Forellensee Rosenweier, hier ist ein kleiner Umblick laufen, guckt euch das an, Champions League.